Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 10. Oktober. Aufregung um Wiesbadener Weihnachtsmärchen, neuer Nahverkehrsplan nachgebessert und Wagenknechtpartei BSW gründet Landesverband in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Es ist nur ein anderer Begriff, aber daran entzündet sich gerade eine heftige Debatte, nicht zuletzt in den sozialen Medien. Der Grund? Unter der neuen Intendanz des Wiesbadener Staatstheaters wird das diesjährige Weihnachtsmärchen als Familienstück bezeichnet. Nun wird gemutmaßt, die Umbennenung hänge damit zusammen, dass keine andersgläubige Gruppen ausgeschlossen werden sollen. Manch einer sieht den neuen Namen im Zusammenhang mit einer Woken-Ideologie. Das Staatstheater erklärte nun, dass es mit den betreffenden Stücken Jung und Alt die besondere Erfahrung eines Theaterbesuches bescheren wolle, mit Theaterzauber sowie Geschichten und Erzählweisen, die universelle, aber auch aktuell relevante Themen aufgreifen und dadurch möglichst viele Menschen verbinden. Das Theatererlebnis für das Publikum sei wichtiger als eine Genrebezeichnung. Mit dem Begriff Familienstück sollen möglichst viele Menschen angesprochen werden. Der Begriff Familie sei dabei weit gefasst. Jeder sei willkommen in der Gruppe oder alleine. Die Auringer können sich freuen. Ihre Kritik am Wiesbadener Nahverkehrsplan hat bei den Projektleitern des SW-Verkehr Gehör gefunden. Dass die Haltestellen Tannenring und überm Wald im Entwurf nur noch von einem Rufbus angefahren werden sollten, sahen sie kritisch. Jetzt wird die Linie 15 über Hesloch hinaus verlängert, um Auringen besser zu erschließen. Den Neroberg fährt wiederum die neue Linie 39 direkt über das Kurhaus und die Webergasse an. Dafür werden Kleinbusse eingesetzt. Zur Domäne Mechtelshausen in Delkenheim fährt vom Hauptbahnhof aus vormittags ein Bus. Das ist vor allem für Auszubildende und Mitarbeitende des Biohofguts wichtig. Im Halbstundentakt ist auch noch die Linie 20 unterwegs. Der On-Demand-Verkehr im Osten Wiesbadens wird laut Plan zudem ausgebaut, jedoch mit Kürzungen auf der Metrolinie M7. Die endgültige Entscheidung über den Plan treffen im Dezember die Stadtverordneten. Bei Zustimmung erstellt der SW-Verkehr eine Kostenplanung, die dann in den Haushaltsverhandlungen 2025 diskutiert wird. Fast 3000 Bürger im Rheingau-Taunus-Kreis sind im Besitz einer Waffe. Im gesamten Gebiet sind das rund 20.000 Schusswaffen. Die meisten davon sind in Itstein registriert. Das kam bei einer Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion heraus, die sie Ende August stellten. Wie viele Menschen im Kreis eine Waffe besitzen, wollten sie damit herausfinden. Zudem wurde klar, nicht nur Jäger und Sportschützen haben Waffen registriert, auch private Sammler und Erben. Bei den gemeldeten Waffen handelt es sich um Kurz- und Langwaffen unterschiedlichster Kaliber. Ob die Besitzer diese auch wirklich sicher aufbewahren, wird von der Waffenbehörde in unregelmäßigen Abständen überprüft. In diesem Jahr waren es 43 Kontrollen. Verstöße gab es in den letzten Jahren nur wenige. Bei 200 Kontrollen wurden insgesamt 13 Verstöße gegen das Waffengesetz registriert. Unter anderem wegen mangelhafter Aufbewahrung oder illegalen Besitzes einer Waffe. 49 Bürgern aus dem Rheingau-Taunus-Kreis ist der Besitz komplett verboten. Einhund-exemplarische Fälle von Steuergeldverschwendung listet der Bund der Steuerzahler im neuen Schwarzbuch die öffentliche Verschwendung 2024-2025 auf, darunter elf Fälle aus Hessen. Zum Beispiel das alte Finanzamt in Wiesbaden. Seit 2022 steht es größtenteils leer und ist sanierungsbedürftig. Trotzdem kostet der ehemalige Dienstsitz jedes Jahr 3,4 Millionen Euro Miete, vermutlich noch bis Ende 2035. Auch der Kauf von Schrottimmobilien, ein Verkehrsversuch zur Verbesserung des Radverkehrs in Gießen, der zu niedrige Sprungturm in Biedenkopf und ein fast 6.000 Euro teures Fotoshooting des Magistrats in Kassel stehen im Schwarzbuch. Hohe Kosten hat zudem die Teststrecke für den E-Highway auf der A5 in Südhessen verursacht. Mehr als 54 Millionen investierte der Bund in das Projekt, das noch bis Mitte 2025 andauern soll. Die Sanierung der denkmalgeschützten Postbrücke an einem Naturschutzgebiet bei Lorsch und Heppenheim kostete 300.000 Euro. Sie endet allerdings im Nichts. Denn der dahinterliegende Weg darf aus Naturschutzgründen nicht benutzt werden. Das neue Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, verbreitert seine Parteistrukturen in den westdeutschen Bundesländern. Wenige Wochen nach der Gründung eines Landesverbandes in Rheinland-Pfalz steht nun der Start in Hessen an. Wie der Spiegel berichtet, sind dafür am kommenden Samstag Mitglieder ins Wiesbadener Kurhaus eingeladen. Sarah Wagenknecht sagte dem Spiegel, dass es in Hessen ein großes Bedürfnis nach politischer Veränderung gebe. Das Interesse am BSW sei groß. Rund 50 Mitglieder soll der neue Landesverband haben. Für den Vorsitz sind laut Spiegel Ali Al-Dailami und Oliver Jeschonek vorgesehen. Der 42-jährige Al-Dailami aus Gießen ist BSW-Bundestagsabgeordneter und war im vergangenen Herbst aus der Linkspartei ausgetreten. Jeschonek ist 48 Jahre alt und führt ein mittelständisches Beratungsunternehmen. Bisher ist das BSW in zehn Bundesländern mit Landesverbänden vertreten. Weitere Gründungen stehen demnächst in Bayern und Baden-Württemberg an. Bis zum Jahresende soll es überall in Deutschland Untergliederungen geben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de.